Moin Leute, willkommen zum vorletzten Kapitel, das 13. Kapitel zu unserer Schnittraumetage. Danach kommt 14, was völlig geisteskrank ist. Aber wir wollen erstmal anfangen. Ihr seht, hier in der Mitte, bei mir ist der gestrichelt, was völlig verbuggt ist, weil ich habe den Run gemacht. Es ist auch ganz einfach, es darf einfach, Heim und Chris müssen tot sein zu dem Zeitpunkt. Dann bekommt ihr hier, wie ihr auch seht, die Cutscene, wo nur noch Bonnie und Linda leben. Und dann habt ihr den mittleren Weg. Ich kann nicht sagen, warum das bei mir nicht freigeschaltet ist. Also es war freigeschaltet, dann habe ich neu gestartet, dann war es weg. Kann ich nichts zu sagen, ist ein bisschen doof. Heime wird getötet, wenn Chris vorher tot ist. Also wenn Chris nicht lebt, dann kann Heime getötet werden. Bei Chris ist es so, wenn beide leben oder halt nur noch Chris, dann liegt Chris hier unten. Hier habe ich euch auch einen Clip zu beigefügt. Ich dachte eigentlich auch, ich habe einen von Heime, aber anscheinend nicht. Deswegen nur mit meiner Stimme, aber es ist ja relativ klar oder eindeutig. Genau, also solange Chris lebt, wird immer Chris unten liegen und nicht Heime. Ja, also sollte Chris vorher tot sein, liegt Heime unten. Wenn beide tot sind, dann habt ihr den mittleren Strang. Also das Spiel ist tatsächlich noch ein bisschen verbuggt, was die Wege angeht. Es gibt auch Personen, die haben alle Wege frei und kriegen die Trophäe nicht. Also ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich habe auch manche Wege schon freigespielt. Die waren bei mir auch schon freigeschaltet, sind jetzt aber wieder unbekannt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, weiß ich nicht. Also hier bei Chris getötet seht ihr auch, es gestrichelt, obwohl ich das durchgespielt habe bis zum nächsten Punkt. Keine Ahnung. Stone abgewehrt ist relativ klar. Wenn ihr alle Quicktime schafft und Bonnie festgehakt, ist automatisch. Hier ist es so, den mittleren Strang, den bekommt ihr, wenn Chris in der Zukunft bleibt und ihr hier dann mit Chris, Sam und Linda seid. Ja, dann bekommt ihr den mittleren Strang freigeschaltet. Ganz logisch und simpel. Hier Sam konfrontiert ist einfach die rechte Variante, beziehungsweise einfach nicht mehr die Trösten. Dann habe ich das zumindest bekommen. Also das ist nie passiert. Dann war das bei mir freigeschaltet. Und genau, sollten wir hier Maddy trösten, also die linke Passage wie eben wählen, dann bekommen wir natürlich den Weg freigeschaltet. Genau, in der mittleren Reihe muss natürlich auch noch Maddy sterben. Ist ja logisch. Also nur Sam, Linda und Chris. Genau. So, im Gully. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Verzwickteren. Auch hier seht ihr wieder, Reime gerettet ist auch wieder nicht richtig. Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall Reime getötet. Und dazu haben wir auch zwei extra Videos auf unserem Kanal online. Wir sind hier mit Sam in der Passage unten, haben das erste Mal Frank Stone besiegt. Dann kommen wir hier rechts, können wir den Gang durchlaufen. Unten rechts seht ihr auch noch eine Puppe. Also so ein Relic. Genau. Und jetzt haben wir hier halt folgende Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es Reime zu retten oder eben nicht. Hier retten wir ihn. Da ist es ganz wichtig. Ich habe es tatsächlich in meinem normalen Run verkackt, weil ich nicht schnell genug war. Weil ich dachte, okay, warum kommt der nicht? Warum taucht der nicht auf? Aber ihr müsst gleich L2 drücken, um die Kamera zu ziehen und direkt R2 drücken, dass der halt auftaucht. Ich habe die ganze Zeit gewartet so mit L2. Warum kommt er nicht, weil ich nicht mal drücken kann? Ja, und dann hat er ihn auch schon beiseite geschossen. Also wenn ihr jetzt hier die Möglichkeit habt, wählt L2 und macht dann sofort R2. So, und dann ist er da auch schon. Deswegen, ja. Oh, in dem Fall habe ich sogar... Oh, ist das sogar der getötete Run? Ah, lol, das ist sogar... Ja, okay, mein Fehler. Das war sogar der... Aber so war es bei mir auch im richtigen Run. Genau, sorry. Jetzt kommt der Gerettete. Hier müsst ihr jetzt... Ja, trotzdem... Also bei dem eben habe ich es so wie beim richtigen Run auch gemacht. Habe ich es nicht schnell genug gemacht. Hier müsst ihr jetzt wirklich direkt drücken. So, und dann einfach durchziehen. Genau. Und dann habt ihr den auch ganz entspannt. K.O. Ja, kurz vertauscht eben. Aber ist ja trotzdem selbsterklärend. So, hier haben wir Chris blieb versteckt. Logisch, Chris muss zurück in die Vergangenheit oder zu 1980. Und dann habt ihr hier, nachdem ihr das erste Mal getötet habt, oder auch nicht getötet, aber zum ersten Mal beiseite geräumt habt, habt ihr hier links den Gang runter. Und dann könnt ihr euch hier durchzwängen. Und alles weitere ist tatsächlich automatisch. Also ihr müsst nichts mehr auswählen. Sie kommt jetzt hier aus der Tür. Und es gibt auch gar keine andere Auswahlmöglichkeit. Also das ist... Ja. Wenn sie noch lebt, dann findet ihr sie dort. Und dann könnt ihr sagen, dass sie versteckt bleibt. Hier haben wir Sam gestorben. Und auch eben Robert schwächte Stone. So, hier ist es der Weg ganz normal. Also könnt ihr hier machen, direkt am Anfang, wo ihr das erste Mal begegnet. Oder eben auch am Ende, bevor ihr in den Raum betretet. Oder bevor ihr in den Raum betretet. Wichtig ist, Sam muss im Gang von Stone getötet werden. Klappt natürlich, wenn ihr einfach reinlauft und nicht irgendwie irgendwas dagegen tut. Genau. Sam schwächte Stone. Dazu habe ich nichts gesagt. Das ist völlig selbsterklärend. Einfach alles meistern, was geht. An Quicktimes. Genau. Sam weggestoßen. Linda schwächte Stone. Das ist der untere Gang. Hier sind wir jetzt schon mit Frank Stone entkommen. Ne, mit Sam sind wir Frank Stone entkommen. So. Und genau, jetzt sind wir hier unten. Und wir dürfen hier, können wir die Kamera ziehen. Wir brauchen es aber gar nicht. Aber einfach nichts machen. So, dass er euch das erste Mal wegkickt. So, das könnt ihr natürlich auch nochmal hier fehlgeschlagen haben. Und dann greift sich Linda die Kamera. Und dann könnt ihr damit eben, wenn ihr alles meistert, ich habe das Quicktimes rausgelassen, aber wenn ihr das erfolgreich meistert, dann habt ihr den, ja, freigeschaltet. Genau. Dann kommen wir jetzt zum letzten Gefecht. Hier haben wir noch ein paar Verzweigungen. Auch hier seht ihr wieder, bei mir sind unbekannte Pfade, obwohl ich alle gespielt habe. Ist ein bisschen nervig, ärgert mich auch, aber lässt sich nicht ändern. Genau. Hier haben wir Linda besiegte Stone. Ganz klar, sobald wir hier die Möglichkeit haben, machen wir auch, nehmen wir die Kamera. Also vorher muss natürlich auch wieder Robert oder, also in meinem Fall war es Robert, weil Frank war schon K.O. Äh, hier Sam war schon, ich komme mit den Namen so durcheinander, Sam war schon tot und deswegen habe ich mit Robert versagt und habe halt dann einfach mit Linda das Quicktime gemacht. Genau das gleiche wie hier. Sam bei mir tot. Ähm, und dann mit Robert einfach das Quicktime nicht gemacht, aber hier mit Linda in dem Fall auch nicht geschafft, das Ganze. Dadurch wird sie jetzt eben, ähm, ja, schafft sie es nicht. Ihr könnt jetzt hier auswählen, oder müsst ihr sogar machen, dass ihr hier, ähm, das schafft. Dadurch kommt dann gleich wieder Robert zur Hilfe und befreit sie aus dem Bann. So, dann habt ihr den Weg. Sie scheitert, aber Robert griff ein. Genau. Dann haben wir Linda getötet. Hier auch wieder das Gleiche. Wir haben folgende Möglichkeit. Sam wieder tot. Ähm, Robert versagt. Also, versucht es Linda. Ähm, sie versagt auch. Und hier haben wir es leider nicht geschafft, Fiek gedrückt zu halten, äh, oder zu Spam. War mir zu schlecht. Also stirbt Linda als Konsequenz. Und, äh, Robert greift trotzdem ein und befreit eben, ähm, ähm, ja, oder fängt Frank Stone ein. Genau. Dann haben wir Sam, dass er getötet wird. Völlig logisch. Wir gehen rein, haben Sam am Leben und machen einfach die ganzen Quicktimes nicht. Und dann wird er auch zerrissen von ihm. Genau. Ist noch einer der harmlosesten Tode, muss ich sagen. Also, in dem Spiel sind die Tode schon relativ brutal. Der ist noch relativ, ja, harmlos. Einfach ein bisschen hier zusammengeknickt und dann fertig. Genau. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss einmal Sam, der Stone besiegte. Selbsterklärend einfach die Quicktime Events Meister. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ja, wir sehen uns in Kapitel 14 und das wird völlig geisteskrank. Also, ich kann euch nicht sagen, wann das kommt, aber das wird völlig gestört. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Kapitel. Haut rein! Geist. Ja, bitte� anniversary! Ja, danke. Bitte schön. Danke. Danke. Danke.